Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier beim Inventmaster. Leute, es gibt unter anderem in der Festival-Spiel- oder Playlist des Spiels, sehr moin. In der Summer Season, sag ich mal. Hier eine. Moment, wo habe ich es? Äh, zack, da. Ich schließe ein Show-Rennen, ein Schau-Rennen ab. Und ich habe außer Korn dieses gute, man kann das ja schön filtern, ne, über RB im Prinzip oder R1, je nachdem, was ihr nachher habt. Und da habe ich zwar dieses Flutschweiß- und Benzinschau-Rennen. Und das machen wir jetzt einfach mal und gucken mal, was uns da erwartet. Man weiß auch nicht, warum die, äh, Videos immer an 30 FPS abgespielt werden, ne? Wegen 4K oder so? Keine Ahnung. Man weiß es nicht genau. So, wir fahren mit dem Bronco und müssen gegen ein paar Jet-Skis antreten. Ich finde die Show-Rennen, das ist ein bisschen denglisch. Das sind von der Aufbereitung extrem gut gemacht. Rein. Okay. Oh, die habe ich gut genommen. Hui! Weiter geht's. Alter, ey. Haben die das Spiel... Warum ich euch dieses Video zeige? Weil Forza 5 zwar mein erstes Forza ist, aber ich glaube auch das Geilste, oder? Grafisch wirklich ein... Genauso, Playground Games haben mir so viel Liebe und Leidenschaft reingesteckt. Klar, der Hotfix für die Deezing-Probleme, jetzt Mitte November, frisch nach dem Spiel-Release. Sind zwar ein bisschen nervig, aber ansonsten... Das Spiel kann wirklich überzeugen. Also man guckt wirklich hinweg. Hui! Man guckt wirklich hinweg, dass es so ein, zwei Fehler hat, aber... Es ist einfach ein Genuss. Es ist ein Genuss. Oh, wo war ich denn hier? Nein, das war klar, das war klar. Mist, 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 Mist. Oh, nein. Ripperino. Ripperino. Das kostet wertvolle Zeit. Richtig viel Zeit kostet das. Baumdriften statt bremsen. Können wir es noch holen? Das wird los. Hui! Alter, was machen die? Oh. Nein. Der Baum war das Problem. Vorher bin ich. Vorher bin ich. Ja! Oh, Mann. Das ist... Oh, guck mal. Oh, ho, 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 ho. Leute, gönnt euch bitte dieses Spiel. Aufzeichnung ansehen, Leute. Wir gucken da nochmal rein. Habt Spaß. Und, ähm... Ey, das... Alter. Wir können da gleich nochmal ein Foto von schießen, aber... Das mache ich in Ruhe. Let's go, Leute. Vielen, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Und, ähm... Ja, was soll ich sagen? Gönnt euch Forza. Tägliche Live-Suite-Strichen vor dem Master. Kommt im Discord vorbei. Lasst uns doch zusammen zusammen die Kolonne fahren. Euer Inver.